Was ist denn hier heute los? Vielleicht erreiche ich jemanden über das Telefon. Erst mal Boga probieren. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist zur Zeit nicht verdienen. Was? Das kann ja nicht wahr sein. So. Kommt schon irgendwie dran. Wo sind die denn alle, Mann? Das kann echt nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist auf dem E-Plus-Netz nicht erreichbar. Was ist das? Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist auf dem E-Plus-Netz nicht erreichbar. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist auf dem E-Plus-Netz nicht erreichbar. Aber Sie können auch nicht erreichbar. Frau Hörger-Rufnummer ist auf dem E-Plus-Netz nicht erreichbar. Vielen Dank.